Guten Morgen, alle. So, mir wird es hier richtig erabfallen, wo der Schreiber hier schrieb, dass Paulus den Gott sich selbst gewählt hat. So, all die Dinge Gottes von dir, die würde auch keine sein, die da einer bin Nominale und sei, der Gott sich selbst gewählt hat. So, die, die Gottes haben Gott sich selbst gewählt. So, wenn du mal über Nud denkst, dann hast du nicht verordnet, was du nicht. Das nächste Verschritte sei dir. Das geht an uns, die Welt auf. So, ich möchte mich mit Gedanken, ich habe viel gebeten, mich mit Gedanken gemerkt, was ich für eine Predigt von dir bringe. Und ich möchte mich mit Gedanken, dass die Christen leben, wo die Christen leben eigentlich in der Seele, wo es in der Seele, aber was soll ein Tieres eigentlich bewirken? Und das Thema hat mich so gestaltet, was machen wir von uns Christenleben? Was möchtet wir mit uns Christen leben? Und ich komme auf meine Gedanken, was wir von uns Christenleben merken, weil wir Wareibure sind, erbeteten Wareibure sind, das ja von der Ophelia Christen, das hat dann das Denken, die Einstellung, das Denken, Hauptsache, als sie beteten Wareibure sind, das ist nicht so wichtig. Und das ist ein falsches Denken. Man hat dann den Denken, es sollt, wir, da wird, wenn wir einmal beteten Wareibure wäre, oder einmal sind, da wird Gott uns hier keine Wachholen. Das wird wirklich nicht mehr, aber das geht sein. So, was ist eigentlich nur dem, was wir beteten Wareibure sind? Was ist ein Ziel dann? Das ist ein Ziel, also dann, dass wir hier leben, am Gott der Osten zu sein, Gott der Osten zu haben, und zwar, weil jeder einer. Aber was ist eigentlich ein Ziel? Wir finden in der Bibel ein Mohn, der Ratschmisschenur, Paulus, was wir sehen, das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel, wie Gott der Osten zu haben. Paulus, das ist ein Ziel, wie wir nun nicht, dass heute allein den Himmel oberen wollen. Heute allein wollen wir nicht im Himmel sein. Heute ist ein Ziel, wie wir, dass andere Menschen da auch werden. So, dann machen wir uns immer Wareibure, oder sagen, was ist mein Ziel? Nur dem, was er im Wareibure. Das Leben ist, und soll nicht so wieder sein, wiedergehen aus vorher. Das Ziel soll ein ganz anderes Ziel sein. Wenn ich mir beten habe, ein Ziel gesagt, was ich noch mal alles will, nur die Betriebe soll ein anderes Ziel sein. Das Ziel soll sein, Gott der Osten. Mehr Menschen, Frieden fangen. Und vielleicht mag ich wieder kurz einmal, oder denken du vielleicht gleich auch, dass wir das Ziel einmal für uns über die Osten haben. Wie für jeden Mann, ich muss davon, dass Ansatz soll wichtig sein, dass unsere Menschen auch in den Himmel, oder dass wir ihnen nicht anwiesen. Wir haben einen Text zu lesen, was mir wichtig war, und wir fangen in der Apostelgeschichte nicht hier. So merkt es, in der Unionsheit, nur dem, was wir betrieben waren, ich würde sagen, von uns leben, wenn wir irgendwo mit Menschen kommen, oder woher kommen, aus vorher. Wir sagen, dass Paul seine Geschichte beobachtet ein großer Unterschied. Da kommt ein großer Abruf. Das ist eigentlich von der ersten Abruf, was in der Bibel fängt, und die Bibel sieht, dass Paul das Evangelium bringt. Das kommt ein sehr großer Abruf. Und so soll er von der Osten anzleben, als Herr Gottes. Das soll eigentlich, so soll er dazu erzählen, dass er eine Abruf hat, wenn wir auf die Hand kommen, und das Evangelium bringen. Manchmal geht es auch, ob es hier geht, oder es kann ein Evangelium vielleicht noch eine Familie bringen, das Paul, der hat in der ganzen Land, in der Gemeinde, und es geht auf die Abruf. Die Apostelgeschichte in Indien von 23 bis 40 Jahren mit dem Leser und dem Moment, das ist ein bisschen länger eng, aber das ist ein Taub. Die Eberschrechte sagt, der Abruf in Ephesus. So wie wir uns im Bild betecken, wo du von Abruf jebe dein, aus Paulus das Evangelium bringen dein. Und wir sollen dir dort ab und eng, dass heute sich danach nicht recht tragen. Heu wohl, du haben den Abruf schlechte, aber die Unterträste leute dort nicht. Verstreuend finde ich, wird fertig, Ungefähr an der Tüte läuft dort eine große Abregung über den Reich. Und selber schmerzt Demetrius, genannt Möklene, selber nicht die anderen Tempeltjes und bräuchte die Hohenorbeere großen Gewinns in. Heu ruft die Taub und auch die Orbeere, die eine ähnliche Beschäftigung hodet und seht. Läubermänner, die wollte, doch wie durch diesen Hund eine gute Ehrenung habe. Die Ehre und Säune dort des Paulus, nicht bloß in Ephesus, aber meist oder wie in Asien viele Menschen, die in uns überreden, Heu sage ich, Menschen hin, können schon Gott merke. Dann ist nicht bloß das Hund in die Vor und die Gründe wohnen, aber dort zu Gord der Gründe getein, die einer ihr Tempel war. Und dort sei er und seine Fliehre wird der Allemond in Asien und die ganze Welt umbettet. Und auch sie das hier redet sich in allem der Wut und sie schrie, gerade erst der Pfäser er die Anna. So wie in die ganze Stadt ein durchnunter. Und auch sie Gaius in der Ristarch von Macedonien Polis seine mitreisende vorzunehmen wurde, machte seine Ola Tuglik im Theater nennen. Aus Polis dann für die Menschen wohnen wohl Leute seine Jünger dort nicht. Auch einige von der Fährstelle in Asien Polis seine gute Fren schreckte Han und Leute am Zahe und heute sieht nicht so im Theater so eine Leute. Einige Menschen schrie einerlei in die andere was untert. Du wirst und wer dort die möchte was top gekommen wäre nicht wüsste worum das du wäre. Und sie traken Alexander den der Jüde fähig schau heute und dem Volk rütt. Alexander versagt das Volk durch seine Hund Bewegung gestalten und will sich verteidigen. Aber auch sie entwarte dort ein Jüde wie schrie sei Ola zu glück zwei Stern und und groß ist der Epheser er die Anna. Und die Stadt Künstler der Stahl Hohen seht heil die Männer von Ephesus wo es ein Mensch der du nicht wollt wo die Stadt Ephesus der Tempelwachter für die große Jette die Anna ist und über die Figur der vom Himmel vor. Und willst du nicht gehen zu reden es soll die Stahl sein in anbedachte Tone weil sie haben diese Menschen hergebracht die nicht Tempelreiber und nicht Lastra über Jüne geteilt seien wenn dem Demetrius und die Hund oder Bera die Abzine sieht sind und die Klo jen wem habe dort gerecht erst du und du seid auch rechter dort an sich du und unter Verklo wenn ich noch ein Wort unter Abzubringen habe dort in eine ordentliche Volksversammlung geschlägt worden weil wir sind in Gefahr dort wie wir in den von Abruhr können verklärt worden weil du dich die schöne Sache wäre womit wir uns für diesen Abruhr entschuldigen können und das gesagt hat Leute haben die Versammlung gönne so es ist ein bisschen länger lang ich habe falsch eingehen aber mir wichtig es zu lesen was Paulus belebe deut dessen Abruhr und ich dachte ohne die treu aus wie frisch im Glaube wäre dann wäre doch ein bisschen das ist dort wie nach unter das sind wahrscheinlich viele Menschen die wissen was die sind top gekommen das ist eine große start sind die top gekommen was sich abgerechnet ja wo man die ist ein paar Falsch von lesen sollen was hier fängt vielleicht denkt alle oder so was kann wie das geschickt von der Lehre I think jetzt habe viel lehre was Paulus hier belebe deut wo wir von der Oktan belebe er und werden das Evangelium wieder zu bringen ungefähr an dem Tid geeft dort eine große Abrengung über den Wach ein sauer schmeckt Demetrius genannt mit kleinen sauer die Anna Tempel und brachte die Hohnoerbeeren großen Gewäns in so wie wollte dort Paulus brachte das Evangelium wieder das heuert die wollen nicht deut und da kauf Späulung und da kauf Abrengung vielleicht frage uns wo jäftet von da nicht seine Abrengung als Stahl oder wo hier jäftet seine Abrengung er starben so fair mal Paulus hier von der O Saine er will sich vielleicht nicht treten in der Evangelium bringen er will vielleicht ganz rief sein er will in der Schule oder der Evangelium prägen wenn er will die Tavans verstanden eine große Abrengung geben aber dort fährt er nicht so eine Abrengung gebt dann wäre levert tust geblieben oder viele Dinge gibt es von so Denken so eine Ernst Stallung levert nicht stauen versteht Fehler merken dort ist nicht was die Bibel anz lehre det better es für Fehler und seine Gott wieder zu bringen mit dort lieb wie die polis he hält nicht irgendwo stahl oder hält nicht her ab he will all we seine wie sein da rauf aus der menschel oder tot bier he will der hahn oder die andere auch. Die andere, die den Polis wird, der die Mäste aller bewegt oder hindert aus Polis, aus dieser andere, die wir in den Gau kommen. Warum? Sie hören die Schafe, wo sie die Gähtermärke. Sie die Gähtermärke von selber. Ich stammte dafür, dass es eine ganze Fabrik gewaßt, vielleicht eine große Fabrik, wo sie verschiedene Gähter gemerkt haben. Kleine Gähter, wo sie in den Fettmärkten rufen konnten. Gähter, wo sie im Haus absteuern konnten. Alle Leute haben sich die Gähter gekauft und die Türen abgesteuert. Die haben oben gebeten und die Nächste haben sich die Kleine gekauft, die in den Fettmärkten stappen, haben sie da gleich gebeten. So, wir gehen uns ein bisschen versteuern. Der ganze Bild hat sich die Gähter. Der ganze Bild hat sich die Gähter. Der ganze Bild hat sich die Gähter. Die Türen, die die Gähter beginnt, beginnt in den Schwertanen. Das ist, wenn wir die Gähter, die Menschen kommen in den Glauben. Wenn wir von denen etwas Gähter wissen, dass wir die Gähter sind, dass wir die Gähter sind, dass wir die Gähter sind, die Menschen kommen in den Glauben kommen. Ich denke, dass wir die Gähter und die Menschen kommen in den Gähter sind, dass wir die Gähter sind. Und wir haben die Gähter sind, dass die Gähter sind, wenn sie zufrieden und die Menschen kommen in den Runden flogen. und die wurden sich dann auch gefreut. Wer ist die Schuld an, dass die Menschenschaft nicht mehr erahnt? Paulus nimmt die auch wahrlich die Schuld ab, und es ist so, wie es hier geht es von der Ök. So, mir wäre es wichtig, einem ab dort Hand zu tecken, dass das von der Ök eigentlich nach Kreuz zu können, bewegt worden, dass Menschen, wenn sie zum Glauben kommen, dass die andere, dass die Menschen, dass sie ein Unglauben sind, und so nicht geschafft, dass sie so trieb, dass sie kein Wender waren. Dann sagt er wieder, heurop die Taub, er hat die Oberer, der eine ähnliche Beschaffung hat, und sie hat. Leute, die wollten, wie durch diesen Handel, eine große Einung haben. So, hier sagt er auch, dass es eine große Einung hat. Sie haben. Ich wollte nicht, dass es vielleicht mit 100 Oberer war, wenn die ganze Storthafte von der Kaff. Und die hören, die hören und sagen, dass dieses Polis, nicht bloß in Ephesus, war meist aller Wege in Asien, viele Menschen, hier in uns überredet. Heu sei, Menschen hin, keine, kein Gott mehr. So, hier sagen wir das all. Das ein Polis, was Gott geschätzt hat, was bei Raupe wir von Gott, dass wir von der Ök sind, der Thing kommt, Sevetci im Globus, und die Ichrafte jingen, oja. Die Amorale, sie Ichrafte jingen, oja. Wenn wir uns, die Möi-Möi-Di-Uum, nicht in gettinge, habe ich gedacht, auf Wodewat Möi-Affendero, da tristetum, oder, die Drenkezer, die Ichrafte. Die Drenkezer, Die Bibel sagt, dass sie den Eberhund nehmen. Aber ich weiß nicht, ob wir uns von den Worten können, dass der Gott eine Schuld abnehmen hat, dass der Meier war. Das soll weniger werden. Verstehend, finde ich, sagt er, dann ist nicht bloß das Hunde in Gefahr, dass sie die große Gerten in ihr Tempel veracht werden, und dass sie ihre Anzüge verlieren werden, die alle Mond in Asien und die ganze Welt umbettet werden. Hier bedeutet das all, dass die Gerten, die Gerten von der Anah, die Gerten von dem Tempel, die Gertrelle durchführen müssen. Da hat es nicht sehr geschworen. Da hat es, die Gerten von dem Evangelium wiederinfragen, und den Gerten von dem파en, aber die Gertrelle durchführen müssen. Wenn ich in der ganzen Welt nicht möchte, weil man die Gertehe von dem Paulus noch nicht mehr kostet, Der Paulus nur zwei vergangen, drei vergangen und vielleicht ein paar Gründe zu haben, aber wenn man da jetzt nicht zu viele Trübel hat, gibt es die Gertehe von der ganzen Welt, dass wir in der ganzen Welt brennen und sie treiben. Und hier geht bloß wieder das Evangelium wieder. Von Mazedonien Paulus seine Mitreisende vorgenommen hat. Mordet ihr euch alle zugelegt im Theater nennen. So, als ihr diese Vorhande vorgenommen habt, das sind Paulus in den Obrechen. Dann sind sie alle top in den Theater. Dort ist ein, ja, sie hat eine Städte, wo die dann top kommen, wenn ihr irgendwo alle bekommen mögen, vielleicht, ja, so, wenn ihr von einem steht da reden, dort ist dann bitte hier, die italienische Täti, die dann nicht Mikrofon, so, dass dort dann, auf dem steht, wo die keine Wurden geraten, also wo die alle keinen top kommen, oder fehlen wir uns. Und als Paulus dann für die Menschen gehen will, Leute sind die Jünger dort nicht. So, wir sagen, dass hier Paulus wohl dahin gehen will. Heute will der dort zeigen, wahrscheinlich wird der dort, haben wir zeigen, dass dieser da, der Jesu sich tritt sich kann, nur drei Jahre war es hier abgestoßen, und so, die ganze Schöpfe weiter, wo Paulus dort hat, woher die dann das Evangelium verteilen kann. Und so, die Leute dort aber nicht. Auch einige von den Fährten in Asien, Paulus seine gute Freundschaft, schägt der Hand, und Leute am See dort heute nicht, sich nicht so im Theater näherloten. Und die Menschen schreien innerlich in die andere, was andere. Und die Menschen schreien innerlich in die andere, was andere. Du wirst so, wer war, dort der Mischte, was topgekommen wäre, nicht wisst, worum sei du schreien. So, ich habe uns das Thema einmal näherloten, in den Fährstall, da kommen Düsende, vielleicht Millionen Menschen top, die schreien, was alle, wie der Rauf sagt, zwei Stunden hat sie nicht geschreien. Und der Mischte, die topgekommen, der wüsste nicht, worum sie schreien. Als das von der Welt ähnlich geht, ich denke zu dir. Weil wir in unserer Töcke, man kann die Worte und Ungläufe sind, die schreien für den Reich. Die Gläufe, die die Betriebe, die wir kennen nicht weiter, die hat es erreicht. Man muss die Frau fragen, aber sie wollen nicht weiter, wie sie wollte. Wie wollte sie schreien, wie wollte sie sich einsetzen. So, diese hat eine schöne Meinung und schreien. Und Ungläufe hat eigentlich, die hat eine Meinung und wollte nicht, für was er ernst steht. So, ich trage Alexander, den der Jüde fähig schuhe heute und dem Volk rührt. Alexander versorgt das Volk, dass sie eine Hundbewegung gestalten möchte und wollte sie verteidigen. So. Ähnlich hat es Alexander, wollte das Volk und Stahlmärken. Der ist in der Hundbewegung, aber da will Stahlmärken und verspüren eure Seiten, ob er aus der Ehren wurde, dass heute ein Jüde schreien sie, alle zugelegt, zwei Stunden und ein. Gerade als die Epheser er die Anna. So, hier hat die Menschen zwei Stunden und die Schreie, wo er keine sei, jene Tristentum in die Säge in die Säge und jene schrei und wisse, wenn ich wo sie schrie oder warum sie schrie. So, dann wieder so wie dort aus der Stadtkanzler, dort voll ihr Stahlhut seht heute. Die Männer von Ephesus, wo er ist ein Mensch, der du nicht freut, dort die Stadt Ephesus, die Tempelwachter für die Grote, jettend die Anna ist und auch über die Figur, die vom Himmel vor. Und willst du nicht jene Tristere ist, soll die Stahl sein und nisch anbedacht daunen. So, hierfür sägen sie die Anteberühung, dass sie alle ruhig sind, Stahl sein und wir sagen, dass wir wieder auf, das war die Farsche nicht zu lesen, aber wieder auf sagen wir, dass die Fährste leute in unser Haus gehören. So, sie schreien hier ohne Meinung, dort hält nicht ehren. So, von einem sie sagen, dass hier ihr geschafft wird zwei gehören. Sie können nicht mehr so holen, außer Badan hören, sie holen die Menschen nicht mehr so in der Macht, was von der auch immer was passiert dann. so wir sollen das von diesem Paulus häuser haben sich ehren und wieder klein don't want to come und dort du to sei wie von der Berobe als ernte saate und zielte saate und oder ziel ist was wir verbetieren kohle da wie in ziel hat Menschen du hante bringen dort sei der Radung fänge da wenig hab immer da denken hat wenn wir sind dort ist ok wie der nicht mehr getan war so Paulus sind in schallt wir ganz anders und tut ja mich noch ein bis b vertaler eine Geschichte wo es ist die was vielleicht hier alle hier und wir hier hier fährt bringen und einmal an Maut melke von her dort an ernte sahte nicht bloß baut hier aber du und solange wir leben so das das ist eine war Geschichte das ist John Harburg er war Geburt und 18 war 70 und von sehr jung kann Jesus hat Jesus kann er und er stand er für die war hat er predigt bringe das Evangelium und er begle das mit den en war heute eine zweite mit 500 Menschen und wenn er ist dann trage er die war und er ist eine Arbeit und da steht wo die Leute an die rent haben und in 19 12 als der große Scher Titanic los vor er hat er an wo er war ein von die mit vor rutsch und man nach os dort schept dann gehen is bäuch knoll und fei gen fei brüch und wut an jern scheele den seht hei er dann jeng hei na seine kleine dochter wo die met hat und dort am kleinen Schöp nach stahle gauf er noch kuss und wens er entscheunet lebe wieder hei jeng träge auf der große Schöp nach wo der zwei brüch oder der zwei brüch und mit dem unger gönne wir wo düsende Menschen in botan entfalle und hei wie ein von euch wort am botan entfalle aus hoi ab und hab der chat wie aus unger wir dann schree ich te de mensch wort wir die man die man in sester von der stet die jesus an ne von der jelen het du von j lebe jesus gebe so hei folgt wie euch von euch wort am mutan hat voll und schwammt man die mensche wo du mein unger gund wäre und brachte den evangelium von einen und ohnen schwammt hei einmal sit hier ein nader jungen kämpfe bei du und bet in der tell und die lehnt auf hei hei und hei sagt du brachte ne jahres eck und hei schwammt wieder von einer person her und der tut das evangelium wieder bringen und betiere sich und nicht kann man train und das jungen und die betiere sich du das auch und nur eine lute t dann verdrängt du das jungen bliff lebe noch eine lange lute dann sagt das jungen das morn das mission hat sich ganz und ab der letzte minute hat ihr lebe für christus die holl nicht brach hier und die evangelium wieder bringt die holl nicht brach hier aber heute wird für mich du darf sie auch von euch rat so haben wir eine sehr große geschecht habe ihr durch den gläubigen kommen das menschen hat sich in die saht ab und bote auf holl wie wurde ich von der könne sagen haben wir auf im stoves bad das moment wird am stoves bad eingelecht den mission und hat das evangelium wieder bringen ein menschen von fried so mir wichtig dass die geschecht das ähnliche sich mit paulus in geschecht paulus sich untersteht in der bibel du warte bis dein und komm du warte durch holle so du wien ist wichtig mal an zu merken ans ernst art für christus nu as did nach du nicht mais bottom ein go uns bottom ein danke jesus für die wunderbare word wo du an hängel lute hast wir haben die seine von polis die scheich so der kauf und ab rei aber polis rei sich nicht ab weil wir wahrlich dann das evangelium wieder zu bringen her danken die du uns er lois hast die uns geraubt die die da un hat die person geraubt die die un die n hand und ich sie danken schenken kauf dort wo ich wieder die geben nicht wenn er hängel wie ist ab die jäbe da wir wollen uns bei dem einen durch holen das ist das mission wo wir saw und polis da wir durch sahte an uns sahte für die ehren zu stollen in die nume amen so Untertitelung des ZDF, 2020